Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Nach diesem schockierend matten Auftritt in der Debatte werden nun noch in der eigenen Partei, Stimmlaut den Amtsinhaber zu überzeugen, nicht wieder anzutreten. Vielleicht ist ja noch etwas zu retten, wenn man bei der Wahl mit einem, nun ja, etwas frischeren Kandidaten ins Rennen gehen könnte. Selbst langjährige Gefolgsleute trauen ihm nicht mehr zu, es noch einmal zu wuppen. Aber wer bringt es ihm jetzt schon bei? Am ehesten glauben Leute, die ihn gut kennen, könnte das noch seine Ehefrau. Wenn es eine schaffen kann, ihn zu überzeugen, nicht wieder anzutreten, dann sie. Britta Ernst. Ach so, Sie dachten, wir reden hier über Joe Biden. Der kommt gleich erst dran. Wir sind noch bei Olaf Scholz und dessen Auftritt im Bundestag am Mittwoch. Wenn es eine Steigerungsform von Leidenschaftslos gäbe, hier hätten wir sie gebraucht. Olaf Scholz zog aus dem Europawahl-Debakel den Schluss, es braucht mehr Zuversicht. Und bei Scholz klingt Optimismus so. Und es zeigt eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass ganz offenbar angesichts all der vielen Krisen fehlen, die Zuversicht abhanden gekommen ist. Und deshalb ist auch klar, worum es geht, bei dem, was wir heute besprechen, aber auch bei dem, was wir jetzt in diesem Jahr und in den nächsten Jahren zu tun haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Zuversicht wieder wächst in Deutschland und Europa, in vielen Ländern der Welt. Und wir müssen dort, wo Zuversicht fehlt, sie neu begründen. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie dieses Programm umgesetzt werden soll. Aber die SPD könnte bundes- oder am besten gleich weltweit gute Laune-Komitees aussenden, die überall da, wo die Stimmung gerade nicht so dolle ist, also etwa auf Ackerflächen in Sachsen oder Thüringen, große Schautafeln mit dem Wort Zuversicht in den Boden rammen. Das könnte die Stimmung mittelfristig heben. Bis zu den Landtagswahlen im Herbst wird es allerdings knapp. Nun nach Amerika, wo der Präsidentschaftswahlkampf am Donnerstag mit der TV-Debatte von Donald Trump und Joe Biden zu Ende ging, bevor er eröffnet worden war. Joe Biden widerlegte auf beeindruckende Art und Weise alle, die sich wie wir an den Strohhalm klammern wollten. Er sei an guten Tagen halbwegs in der Lage, das Amt des amerikanischen Präsidenten auszuüben. Biden war nur der Schatten eines Schattens seiner selbst. Am Morgen nach der Debatte ist die Lage so, dass von allen bekannten Kandidaten auf das Amt des amerikanischen Präsidenten momentan Robert Kennedy Jr. derjenige ist, bei dem man sich am sichersten fühlt. Wir würden gerne den WhatsApp-Chat nachlesen, mit dem Xi Jinping und Wladimir Putin am Donnerstag vor der Glotze hocken, diese Debatte verfolgten. Am Ende stand da wahrscheinlich von Xi Es kommt selten vor, dass wir uns gezwungen sehen, Donald Trump zuzustimmen. Aber es ließe sich nicht mehr verhindern, als dieser nach einer beispielhaft konfusen Ausführung Bidens sagte, Selbst Weggefährten, die aus dienstlichen Gründen zur Loyalität verpflichtet sind, wie Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris, fiel zur tattrigen Performance ihres Chefs nur der Satz ein. Er ist etwas langsam gestartet. Sie vergaß allerdings hinzuzufügen. Aber danach hat er stark nachgelassen. Am Mittwochabend gerieten wir in Kudamm-Nähe in ein Autokorso, das von einem rot-weiß lackierten Rolls-Royce mit türkischer Flagge angeführt wurde. Bis weit nach Mitternacht wurde fröhlich gehupt. Uns scheint den Türken es nicht ganz klar, dass sie das Turnier noch nicht gewonnen haben, sondern lediglich auf den letzten Drücker zehn Tschechen geschlagen. Andererseits, vielleicht sollte man es ihnen besser nicht sagen. Diesem Volk mangelt es zumindest nicht an Zuversicht. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche Martina Meisters Analyse des französischen Psychodramas, wie Emmanuel Macron das Land Marine Le Pen ausliefert und Elke Bodderers große Recherche über einen Skandal im Universitätsspital Zürich. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Imke Rabiga. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende. Am Montag hören Sie an dieser Stelle. Am Montag hören Sie an dieser Stelle.